Es gibt die Möglichkeit, Ihre Meldhofer Fassade mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Dazu sind ein paar Punkte zu beachten. Zum Beispiel die Entfernung zur Fassade. Sie sollte zwischen 30 und 50 Zentimetern liegen. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, keinen direkten Rundstrahl zu benutzen, sondern mit einem Weitwinkelstrahl an der Düse zu arbeiten. Der Weitwinkel sollte hierbei zwischen 40 und 120 Grad liegen. Reinigen Sie sie nur mit lauwarmen Wasser ohne Zusätze. Starke Verunreinigungen lassen sich per Hand mit dem geeigneten Reinigungsmittel vorreinigen. Auch ein eventuell auftretender Algen- oder Pilzbefall kann mit dem entsprechenden Reinigungsmittel vorgereinigt werden. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten und nach vollständiger Trocknung der Fassade gibt es die Möglichkeit, mit einem Fassadensiegel die Fassade zu versiegeln. Die zwei wichtigsten Punkte nochmal im Kürze stehen Sie beim Reinigen nicht zu dicht an der Fassade und benutzen Sie keinen Rundstrahl. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, auch nur intakte Systeme zu reinigen und nicht Systeme zu reinigen, an denen schon Löcher in der Fassade aufgetreten sind. Wenn Sie all diese Punkte beachten, ist Ihre Fassade danach so gut wie neu.